Wenn ich hier runterfalle, ist das aus mit mir. Ja. Ich muss ihn irgendwie aktivieren. Ey, eine Aufgabe nimmt gleich drei, vier Aufgaben mehr mit. So, rennen wir mal ein bisschen schneller, weil dann kommen wir hier an den Basenknick. Ja. Okay. Ja. Ja. Dieser Gegner ist nicht ohne, oder? Dieser Gegner ist nicht ohne. Aber ich meine... Mann. Mit der Macht des Noctis kriege ich ja schon hin. Mit der Macht des einen. Ja. Ja. Die Macht des Ringes kann niemand entsp regen. Genau. Die Macht des Ringes kann niemand entspannen. Die Macht des Ringes kann niemand entspannen. Die Macht des Noctis kann niemand entschlagen. Es gibt ja immer eine Zeitangabe, wie viel Zeit ich hier brauche. Ich glaube, das soll ich stehen, mal gucken. Ich kriege gar nicht mit, dass ich was mache, oder? Ich mache nebenbei noch ein paar Bilder, damit ich noch was habe, für einen Screenshot. Mich kriegst du nicht glatt, mich kriegst du nicht glatt, ich mach dich glatt. Ich bin ein König, Gott, ich kriegst deine Waffe nicht mal raus, das ist nicht so schwer. Krass. Da muss aber eine richtig gute Kraft in der Taille haben, nur da sauge ich dir gerade das Leben aus. Mach ich den gerade dünner, und dann wird er mal schmaler. So. Hier geht es nicht weiter, auch so wie ich auch gerne möchte. Also muss ich hier irgendwo anders lang. Hier geht es auch nicht weiter. Komm lass mal. War die Tür nicht gerade noch offen? Ja. 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 Ihr. Ja. Bod 146. Der Respawner, der Respawner. Der hat aber was muss. Er hat erst noch eine gefettete Höhe, wurde sowas gehabt durch es narrow dierationsländischen und hat mich immer immer schmaler und schmaler und schmaler. Schau mal, er wird immer schmaler. Ich weiß, dass die Technik ist, die Flamme, oder? oh kann ich nicht über irgendeine Maschine da? Ok. Wie willst du denn König spielen, wenn du nicht einmal kämpfen kannst? Ich krieg dich auf jeden Fall hin. Das werden auch die ganzen Elektriere. Das werden die ganzen Elektriere. Das werden die ganzen Elektriere. Schau mal, wie Schmeider ist. Mit der Ring führst du eine automatisierten Diät. So. So. Ich krieg dich auf jeden Fall noch Platz hier. Schau mal. Du kannst dir bald neue Hosen kaufen. So. Irgendwann kann ihn das eigene Gewicht oben nicht mehr halten. Und dann zerbricht er. Komm mal. Jetzt noch. Ja, jetzt müssen wir gleich auseinanderfallen. Einige Tür? Weißt du was? So. Ich wusste was, was das hier ist. Wir müssen da lang, ja? Eigentlich wollte ich hier lang, aber gut. Der kommt ja mal wieder, also gegen den kann man ja automatisch nicht gewinnen. So, was ist jetzt hier? Lass dich doch nicht entdecken, du Töpel. Oh, ich bin kein Töpel. Ich bin ein Sammler und ein Decker. Ein Mann der Wissenschaft. Der ist auch blöd. Ich weiß, ich muss in eine andere Richtung. aber hier gibt es mal so schöne Sachen. Ich geh da gleich hin. Ich geh da gleich hin. Aber ich sammle erst mal alles, was da ist. Okay, von hier kam ich ja. Oder? Ähm. Okay. Stimmt, das bin ich auch mal rumgelaufen. Ist hier eventuell was? Und hier kam ich. Da ist auch noch etwas. So leicht unterirdisch. Okay. Okay.